Wie wird ein Handbodensauger angeschlossen? Ein Pool Handbodensauger ist der einfachste Weg um ein Schwimmbad zu reinigen. Man muss dazu die Bürste mit einem speziellen Schlauch mit einem Durchmesser von 3,8 cm über den Skimmer mit der Filteranlage verbinden. Danach muss die Bürste auf dem Boden des Beckens an eine Teleskopstange gedrückt werden. Achtung! Das Wasser sollte die gesamte Staubsaugerleitung füllen, bevor es an den Skimmer angeschlossen wird. Befindet sich Luft in der Leitung unter Beginn mit dem Saugen, läuft die Filterpumpe trocken und kann beschädigt werden. Der Handsauger ist mit Bürsten ausgestattet, die am Ende des Teleskopes befestigt sind, die sowohl den Boden als auch die Wände des Beckens reinigen. Auf unserer Webseite befindet sich ein Informationsvideo, in dem du genau sehen kannst, wie ein Handstaubsauger in unserem Schwimmbecken angeschlossen wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020